Moin Leute, was geht? Die Zukunft von Red Dead Online ist wirklich sehr sehr ungewiss. Man weiß nicht was kommt, wie was kommt und natürlich man kann spekulieren was kommen könnte. Habe ich ja schon öfters mal gemacht. Aber heute soll es einfach mal um die Sachen gehen, die nach momentanem Stand wirklich sehr sehr realistisch und naheliegend sind. Aber natürlich bevor es losgeht will ich noch mal aufmerksam machen. Auf mein Instagram findet ihr unten in der Videobeschreibung. Können wir dort gerne folgen und halt auch private Nachrichten schicken wenn ihr irgendwas nicht versteht oder halt Fragen habt. Ansonsten falls ihr neu seid würde es mich natürlich sehr sehr freuen wenn ihr mich abonnieren würdet um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben was jetzt Red Dead und Red Dead Online angeht und soviel dazu. Jedenfalls was muss in den Online Modus? Ganz klar Raubüberfälle, mehr Western Action, einfach dieses Outlaw Feeling und das ist natürlich wirklich das was die ganzen Spieler seit Jahren wollen. Und bis jetzt ist es noch nicht im Online Modus und ich denke mal nach meinem Empfinden wird das auch erstmal nicht kommen. Was natürlich sehr sehr naheliegend ist, dass wir in den nächsten Monaten die Rollenhändler und Sammler als Erweiterung bekommen. Haben wir ja schon gesehen, dass es beim Kopfgeldjäger eingetroffen ist und ich persönlich denke halt wirklich, dass die anderen zwei Rollen, die halt die ersten waren, einfach weiter erweitert werden. Werden dann wahrscheinlich auch 15 Gold nochmal kosten und höchstwahrscheinlich dann auch wieder 10 Level beinhalten. Weil so ist es beim Kopfgeldjäger gewesen und warum soll es dann dort anders sein? Jedenfalls denke ich mal dieses Jahr werden wir nichts Großartiges bekommen. Außer halt wirklich die Erweiterung für den Händler und den Sammler um jeweils 10 Ränge für jeweils 15 Gold hat man ja wie gesagt beim Kopfgeldjäger gesehen. Und von daher ist es halt wirklich naheliegend, dass das bei diesen Rollen auch eintreten wird. Ansonsten kann ich mir gut vorstellen, dass die Telegram Mission auch weitergeführt werden in den nächsten Wochen ohne größere Updates und wir werden natürlich auch Outlaw Pässe bekommen. Ganz klar. Natürlich Outlaw Pass Nummer 5 ist ja schon geleakt worden. Gehe ich gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Und natürlich wird es wahrscheinlich so sein, Outlaw Pass 5 wird dann wahrscheinlich recht lange gehen. Danach werden wir entweder eine Pause haben oder gleich den nächsten Outlaw Pass. Oder je nachdem wie das dann zeitlich bei OXA sich so einordnet, bekommen wir dann wahrscheinlich sowas wie einen Halloween Pass mal wieder. Danach wieder einen Outlaw Pass und dann wiederholt sich das dann wahrscheinlich im nächsten Jahr. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass in diesem Jahr nichts großartig passiert. Außer halt, was jetzt die größeren Updates angeht, eine Händler- und eine Sammlererweiterung, wie gesagt, um jeweils 10 Level. Dass wir eine neue Rolle bekommen, finde ich, ist sehr sehr unwahrscheinlich. Möglich, aber wie gesagt unwahrscheinlich. Und dass so etwas wie eine Händlererweiterung geplant ist, sieht man halt daran, dass beim Cocktail-Jägerwagen die Möglichkeit ist, diesen umzulackieren. Und das ist halt beim Jagdwagen auch schon der Fall, dass wir diese Option haben. Nur, dort steht, ist derzeit leider nicht verfügbar. Lässt ja darauf schließen, dass das irgendwann verfügbar sein wird. Und dass wir dann höchstwahrscheinlich mit der Händlererweiterung dann kommen, gehe ich zumindest stark von aus. Diese Vermutung habe ich ja schon kurze Zeit nach der Cocktail-Jäger-Update-Erweiterung geäußert. Und ich denke halt wirklich, dass es so kommen wird. Was jetzt den neuen Outlaw Pass angeht, muss ich persönlich sagen, ja, Da sind ein paar vernünftige Dinge da drin, aber die Klamotten, naja, sind Geschmackssache. Aber ich persönlich finde halt, das sind mehr Clowns-Kostüme als vernünftige Western-Klamotten. Ich weiß echt nicht, was Rockstar sich dabei denkt. Ist halt momentan wirklich sehr sehr kurios, was da abgeht. Und ja, Telegram-Missionen wurden halt einfach so eingefügt. Und ich persönlich denke halt wirklich, dass es so sein wird, dass wir in den nächsten Wochen immer mal ein paar neue Missionen da bekommen, diese halt unterschiedlich gestaltet sind, wahrscheinlich dann auch wieder unterschiedliche Schwierigkeitsstufen haben werden, so wie es schon bei den anderen der Fall ist. Und einige Sachen ergeben dann auch Sinn, wie zum Beispiel die gefundenen Texturen von Goldbarren und einem Tresor. Dass wir da vielleicht einen Banküberfall bekommen. Ähnlich wie bei Fette Beute kann ich mir sehr sehr gut vorstellen. Natürlich ist das halt alles nur eine Vermutung meinerseits. Da gibt es halt wirklich von Rockstar keine festen Belege, dass es so kommen wird. Das nochmal so nebenbei erwähnt. Nicht, dass er jetzt denkt, ja das ist sicher. Nein, ist es nicht. Es kann alles passieren. Wir können auch wirklich fette Updates bekommen mit Raubüberfällen. Und der Banditenrolle und und und. Aber, wie gesagt, ist eher unwahrscheinlich. Was ich persönlich halt wirklich naheliegender finde, ist halt wirklich die Tatsache, dass der Händler und der Sammler einfach erweitert werden. Wie gesagt, wir kennen sie ja vom Kopfgeldjäger. Einfach um 10 Level für höchstwahrscheinlich auch wieder 15 Gold. Und das wird es höchstwahrscheinlich größtenteils für dieses Jahr dann auch gewesen sein. Dass wir dann halt im März beispielsweise eine Erweiterung bekommen für Händler. Und dann irgendwann nochmal so 3, 4, 5 Monate später nochmal eine Erweiterung für dann den Sammler. Und dann war es das auch. Kann ich mir halt wirklich sehr sehr gut vorstellen, dass er dann auch nichts großartiges. mehr kommen wird. Aber, wie gesagt, ist eine Vermutung meinerseits. Finde ich, ist naheliegender als wie jetzt einfach zu sagen, jo, wir werden richtig schöne Raubüberfälle bekommen. Wir können so viele neue Sachen erleben. Wir bekommen da eigene Farmen, Immobilien. Ist ganz sicher. Wird dieses Jahr kommen. Sowas werdet ihr von mir wahrscheinlich nie hören. Dass ich da irgendwas erwähne und das halt als sicher abstempelt. Und wie gesagt, natürlich es kann kommen, aber es ist halt wirklich sehr sehr unwahrscheinlich. Soviel dazu. Ansonsten hoffen natürlich sehr sehr viele Spieler, dass Rockstar endlich mal die ganzen Bugs und Probleme behebt. Das ist wirklich mein Wunsch für den Verlauf des Jahres, dass Rockstar sich da mehr drum kümmert. Dass halt die ganzen Bugs aus dem Spiel genommen werden oder zumindest, dass Rockstar sich so kümmert, dass halt weniger Bugs da sind und diese halt auch so gut wie gar nicht mehr auftreten. Würde eigentlich schon vollkommen reichen. Und ich denke mal, ich bin da nicht der Einzige. Viele von euch, die sind auch der Meinung, dass Rockstar da definitiv was ändern muss. Aber ist halt sehr sehr naheliegend, dass wir halt wirklich nur Erweiterungen in diesem Jahr erwarten können für den Händler und den Sammler. Was es da allerdings dann für Special Sachen geben könnte, da weiß ich echt nicht, was Rockstar da sich überlegt hat. Vielleicht vielleicht irgendwelche Erweiterungen für beispielsweise den Händlerwagen, dass der dann halt statt 100 200 Waren oder so transportieren könnte. Wer weiß. Oder beim Sammler irgendwelche neuen Gegenstände. Da weiß ich echt nicht, was Rockstar da einbringen könnte. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie es dann aussehen wird im Verlauf des Jahres. Was ist aber eure Meinung dazu? Was erwartet ihr? Was denkt ihr, was in diesem Jahr alles so kommt? Würde mich sehr sehr interessieren. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Weil wie gesagt, so wie es momentan verläuft, denke ich halt wirklich, dass wir dieses Jahr nichts großartig erwarten können. Außer eine schöne Sammler- und eine Händlererweiterung. Um jeweils 10 Ränge. Kostet dann 15 Gold. Nebenbei gibt es dann wieder Telegram-Missionen. Und vielleicht irgendwelche kleinen Erneuerungen oder vielleicht eine neue Showdown-Modi. Aber wahrscheinlich nichts Bahnbrechendes. Natürlich wäre es richtig nice, wenn Rockstar uns einfach mal überraschen würde mit der Outlaw-Rolle oder sowas. Wäre definitiv cool. Aber wie gesagt, könnt ihr dazu gerne eure Meinung abgeben in die Kommentare. Ich bin gespannt, was da alles bei rumkommt. Und im Großen und Ganzen soll es das auch mit dem Video gewesen sein. Ich wollte euch einfach mal mitteilen, was ich so denke, was wir dieses Jahr erwarten können. Und wie gesagt, das soll es auch mit dem Video gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und ciao.